Ich lerne Deutsch. Nummer 5975 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schauen wir uns die Diagnose gemeinsam an. Alle Werte sind im grünen Bereich. Alles ist in Ordnung. Schauen wir uns die Diagnose gemeinsam an. Alle Werte sind im grünen Bereich. Alles ist in Ordnung. Ich liebe das Wetter so wie es ist. Regen macht mir auch nichts aus. Ich bin bereit, in meinem neuen Job mein Bestes zu geben, weil mir meine Arbeit Spaß macht. Ich freue mich, dass Sie mit unserem Service zufrieden sind und habe noch eine Anregung für Sie. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Die Gläser sind aus Kunststoff und der Rahmen ist stylisch. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Die Gläser sind aus Kunststoff und der Rahmen ist stylisch. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Die Gläser sind aus Kunststoff und der Rahmen ist stylisch. Der Kühlschrank ist leer. Ich habe vergessen, Lebensmittel einzukaufen. Ich habe vergessen, Lebensmittel einzukaufen. Ich strahle Optimismus und Positivität aus. Ich strahle Optimismus und Positivität aus. Ich strahle Optimismus und Positivität aus. Ich habe dich im Seminar gesehen. Welche Fachrichtung möchtest du studieren? Welche Fachrichtung möchtest du studieren? Wohin ich auch gehe, mein Laptop begleitet mich. Wohin ich auch gehe, mein Laptop begleitet mich. Genau auf dieses Thema habe ich mich vorbereitet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.